Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bloons Tower Defense 6. Heute gehen wir wieder chillig rein. Ne, chillig nicht, keine Ahnung. Ich werde mal gucken, was... Ich will weiter Bonbons sammeln. Ich habe ja schon mal 16 gesammelt. Deswegen werden wir jetzt die nächsten 16... Ah, da will ich eigentlich nicht... Oh, ich hab... Ah, es fiebt im Ohr. Äh, eww. Haben wir hier vielleicht noch eine andere Karte? Die... Gib mir das, gib mir das, das. Was ist das, das? Ja, okay, nein. Lass mich in Ruhe. Nerv nicht. Nerv nicht. Ja. Hm. Sonst irgendeine Karte? Die sind doch alle dicht, ne? Gehen wir chillig rein. Chillig. Chillig. Ich kann nicht richtig reden. Äh, wo starte ich denn? Ich glaube, ich starte hier. Putz, putz, putz. Hey, hör auf. Lass das. Das machen sie gut. Das machen sie ausgezeichnet, wer da her. Ja, ich sag ja immer, ein bisschen Schwund ist immer. Wir brauchen hier jetzt nicht irgendwie, äh... Verdammt. Ähm, ne? Und so weiter. So, was machen wir? Schnell. Schneller. 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 Schneller machen wir als nächstes. Ja, das wird, Leute. Mach mal nicht so ein... Ne? Das brauche ich jetzt gar nicht hier. So, Benjamin macht jetzt wieder ein bisschen Penunzen. Korrekt? Korrekt. Machen wir noch den. Und wenn wir schon mal dabei sind, gibt es als Nächsten... Hm. Oder warten wir noch? Ich weiß es nicht. Auf 675? Sehr gut. 675. Pau, pau. Machen wir letzter. Ähm. Und wir bauen dann... Noch was anderes. Ja. Nice. So, vielleicht? Ich denke, das ist gut so. Dann lass uns mal schauen... Wie lange sie... Äh... Wann sie... Durchkommen. Ich will noch die 1135 mitnehmen und danach werde ich wieder was anderes bauen. Heute gehe ich... Heute gehe ich... Äh... Nummer sicher. Wie viel Geld hast du schon gemacht? Alter. Okay. Cool. Gut. Oder warte ich noch? Hm. Da kommt die Frage. Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Wahrscheinlich irgendwann. Die Frage ist nur... Wann? Pass auf. Ich... Ich hab... Ich hab'n kleinen Plan. Den zieh' ich jetzt durch. Wir machen... Wir machen jetzt... Oh, ich hab' nur noch einen. Ne, das will ich nicht. Dann mach' ich das per Hand. Ausnahmsweise. Wir bauen den Kollegen. So. Wie ist jetzt meine Frisur eigentlich? What? Was passiert? So. Es darf weitergehen. Hm. 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 Wieder ein bisschen Geld gemacht. Gut. Dann machen wir den. Und jetzt müssen wir... Kriegen wir die 5400 noch zusammen? Beziehungsweise 5000? Die ist es eine ausgezeichnete Frage, die ich Ihnen beantworten werde in der nächsten Folge von Bloons Tower Defense 6. Bis dahin. Nein, Scherz. Spaß. Spaß beiseite. Ne. Lustig ist er. So, wenn wir die 5400 nicht schaffen, ist das gar nicht so schlimm, weil dann setze ich den, ähm, Pfeilaffen. Aber das soll wohl, ne? Ah, das geht. Das geht. So. So, seh dir. Machen wir nur den. So, warten noch 650 hier ab. Ausgezeichnet. Als nächstes kommt dann der Scharpshooter, we know. Seh dir. Easy. Das geht mir ja fast schon zu schnell. Piu, 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 piu. Wieso hat mein Handy drauf reagiert, weil ich piu, 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 ah, egal. Mhm. 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 Level up. Der ist doch schön, Benjamin. Crazy Typ hier. 2240 in der Zeit. Naja. Gut. Machste nichts. Ist halt so. Das machen sie gut, Mr. Armbrustmeister. Armbrustmeister. Nee, noch. Ich mach den Armbrustmeister. Klar. Der hat doch, der kann noch, äh, Bleibloons mit kaputt machen. Es wär ja schön doof, wenn ich das nicht machen würde. Leute. Danke für den Hinweis. Ja, da trennt aber eins in einem Fünf, 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 Okay. Kurz. So. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Alter. Alter. Ja, ist die Frage natürlich berechtigt. Hat sich das jetzt überhaupt gelohnt, äh, den hier, ja. Ah, Guys. Ach. 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 Sehr gut, ey. Ich brauche nicht mal mehr diesen Nagelteppich. Den habe ich nur noch als Backup. Der so, Subi. Subi ist das. Obwohl, wir sollten vorsichtig sein bei Runde 76, wenn ich mich nicht irre. Das ist eine Bad Boy Runde. Die gefällt mir nämlich gar nicht. Ja. Ah, super. Alles richtig. Ich hatte dafür auch Backup gehabt. Ich habe ja ihn hier noch. Da rennt das Geld hoch. Darf ruhig noch schneller rennen? Bitte? Hey, hey. Vorsichtig. Hey, 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 hey. Hört ihr schlecht? Ich habe gesagt, Vorsichtig. Hallo. Entschuldigung. Oh, das wollte ich gar nicht. Wollte das. Wieso hat er es gerade nicht angenommen? Oh, jetzt habe ich mich vertebt. Ja, bis Runde 76 schaffe ich das noch. Währenddessen kann ich dann gleich auch noch ein Affendorf und die beiden ein bisschen boosten. Das wird gut. Immer schillig bleiben, Benjamin. Benjamin. So. Ja, vor... Benjamin, bitte. Stör nicht. So, meine Damen und Herren. Jetzt geht das hier los. Wer macht Tarnblons kaputt? Ist das schon immer so? Dann machen wir mal das. So, äh... Machen wir noch das? Weil ich es kann. So, so. Nächster Bitte. Dankeschön. Wie viel hat er schon gemacht? 10.000. Sehr gut. Guter Beat. So. Der hat eine gute Range. Und er... Nicht so. Aber ist egal. Er ist... Er ist wichtig. Entschuldigt. Oh, gleich kommt die böse Runde. Da bin ich gespannt, wie schnell er weg ist. Das war's. Ach, das war's. Gut. Die böse Runde ist nicht so böse. Nein, gar nichts. Nein. Okay. Er machte gute Arbeit. Gut Geld. Die Hälfte hat er schon wieder eingesammelt. Beziehungsweise, wenn wir das hier jetzt abziehen, hat er... Er hat ein bisschen was reingeholt. Noch nicht optimal, aber okay. Ja, bitte. Ach, Kigan. Ja, bitte. Ach, Kigan. wir haben genug gesammelt. Jawollu. In's der Affe und in's der Affe. Ah ja, klar. Ja, du weißt ja auch so. Ja, gut. Dann würde ich 1.000? Hm. Junge, das ist eine Menge. Endet in 17 Tagen. Wo sind die Nächsten? Da könnte man ja mal gucken. Ja. Und das wäre dann eine Alternative oder Doppel-HB? Gut. Wir werden sehen. Ich werde auf jeden Fall gleich weitermachen, aber erstmal gibt es was zum Nahrung, Aufnahme und so. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ich glaube, ich muss das Licht wieder anders hängen. Aber bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Habt einen schönen Tag, gehabt euch wohl und Ciao, ciao.